Ich würde gerne das also nochmal mitnehmen. Ja. Ach nein. Ich helfe dir. Also was ist? Ich bin zu doof, um das Wasser zu machen. Ich leuchte nur kurz hier ein bisschen aus. Mhm. Oh, hier ist schon wieder Ende im Gelände. Oh, auch kein einziger Busch ist, das kann nicht wahr sein. Ich habe hier doch Rieck gefunden. So, ich bau hier nochmal, hier habe ich Aluminium. Wissen du, das ist schon viel weiter. Ja. Einziger Putten, genau. So. Hier ist noch mehr Aluminium. Und noch mehr Aluminium. Das war's dann aber auch schon. Ich habe noch Uranium, genau, das können wir ja nicht abbauen. Tin. Es kann doch nicht sein, dass hier keine Büsche mehr sind. Was ist denn das? Also hier ist ja irgendwo noch Lava, das hört man ja. Ja. Und Lava heißt auch immer Höhle, eigentlich. Hier sind, also hier sind Aluminium Busche. Ja, 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 wo? Loll. Scheiße, ich habe einen abgebaut, oder? Ich habe auch einen, ich habe auch einen. Ist da was raus? Ja, doch, ich habe einen. Ja. Ich brauche die Büsche und mich. Ich habe auch einen sonst. Ich habe... Ich habe einen Sonnenblick gekriegt. Hört man die so laut hier? Hier muss so Alkoholava sein. Da, ich habe eine Höhle gefunden. Ja, ich habe die Lava gefunden. Ja, hier ist eine Höhle und ein Busch. Iron, oh mein Gott. Den habe ich auch noch nicht. Das ist genau so, wie... Kennst du von früher in der Grundschule hat man doch immer so eine Stickerkarte? Karten gehabt, so. Und ich sammle jetzt ja auch... Ja, genau. Ich sammle jetzt ja auch quasi hier so Karten. Ey, wenn der runterfällt, ne? Ich habe ihn, oder? Ja, ich habe ihn. Okay, das heißt, den haben wir schon mal. Und hier noch mehr. Ich habe den anderen, äh, Iron, Barry Busch genommen. Jetzt fehlen mir nur noch zwei Büsche. Immerhin. Hat sich schon mal gelohnt. Was? Fehlen dir noch bestimmte, oder? Ja, bestimmte. Und zwar Gold und... äh, Tin. Okay. Hm. Wird uns einfach mal hier versuchen, um ein Stück tiefer zu gehen. Kann man da tiefer gehen? Ja, hier ist noch eine Höhle. Ja, okay, ich komme, ich komme, ich komme. Moment, warte kurz und mich. Oh, hier ist... Ach. Ich glaube, es ist hier die Schlucht. Wow. Ähm. Ja. Wow. Also ich stehe... Ich stehe da, wo du warst, glaube ich. Bist du noch ganz... Bist du noch unten gefallen? So. Ähm. Ja, ich bin noch unten gefallen. Okay. wandern ganz viele maubs aber und alter ist sie viel aber ich warte hier auf dich weiter schaue ich auf jeden fall nicht alleine nein ich habe keine spitzkirche mehr ohr solche war das den weg findet der kann ich zurückgehen ne ich komm um ich muss ja nur spitzkirchen wir finden die zurück also ich finde jetzt gerade nicht zurück hier ist ein skelett das macht mir gerade richtig zu schaffen wo komme ich denn hier zurück bitteschön hier auch nicht so ein scheiß dreckskackstel hat alter hier ich bin ich glaube hier die Stor ich kann kreis o du kommst jetzt hier zu wo auch hier hoch so müssen reisen ich kann spitzkirchen auch nicht hast du die Wolle Blöcke weggenommen bei der Lava nur ein Wettbewerb ein Wiener ich habe einen Eingang gefunden die Probein Kostburg weg Peter Speck links er ist sehr wichtig da wenn ich es wird unten findet hoffentlich also ich kenne den Weg noch wir verlaufen verlaufen bis jetzt noch in der Schlucht oder bist du schon wieder woanders also ich bin hier irgendwo jetzt ist hier ein Slime in der Schlucht ey ich glaube ich bin da wo wir von der Schlucht aus reingekommen sind immer aber nicht hier ja ich bin hier beim bei der Schlucht bei der Schlucht sooo aber ich habe keinen Bruchstein das heißt wir nehmen uns den hier und hier nicht? ah ne war es falsch rum ne? ja so die ist noch heil und die hier noch okay so ich packe die Sachen zum Schmelzen mal rein dass sie schon mal anfangen hier zu schmelzen und räume die Sachen dann hier nochmal rein die ich hier gefunden hatte okay okay so das Eisen packe ich mal zum anderen Eisen und dann gucke ich mal was für Busch mir jetzt noch fehlen genau Gold und Tin ey das wäre so geil wenn wir die jetzt so finden ne? kannst du nochmal zurückkommen ich finde echt den Weg da hin ja ich komme zu dir du bist beim Eingang jetzt ja ungefähr beim Eingang okay ich komme sooo sooo ähm zack zack wo bist du denn? äh irgendwo ja da warst du doch grad hier ja da komm mal her ist falsch hier hoch und dann hier lang okay und hier glaube ich war es jetzt rechts entlang und hier genau runter ah hier schon runter ne? hier runter ja hier runter genau und dann bist du ja runter gefallen ne? ja hast du Wasser mit? äh nö ach man einmal mit Profis mit wer ist hier gestorben? du oder ich? trotzdem einmal mit Profis so da ist ein Creeper der ist schon mal tot ist das Aluminium? ach fuck ey ich brauche irgendwas zum bauen ja ich nehme das hier einfach um die Lava hier einmal wegzumachen hab ich keinen Bock drauf hier jetzt ja wo ist mein Grab? hä? mein Grab ist weg wow wow dein ernst? oh alter also ich warte jetzt hier unten in der Höhle mein Grab ist weg mein Grab war da unten nicht ähm bist du zu dem zu der Markierung gelaufen? ja manchmal ist es daneben auch ich sehe dein Grab hier ist es ja ok so ja hier ist es hier werden wir doch hundertprozentig Büsche finden nein oh ich hab den Sprung nicht geschafft jump and run Meister am Werk nein oh jetzt bin ich wieder mal mit meinem eigenen Turm runtergefallen ja gut dann guck ich hier halt Sulfur ist hier richtig viel und Gold ist hier auch so und Redstone hier auch nächster Versuch und Electronic Ore wow ist das dein Ernst? ok ja weißt du? komm zu Creeper ne? weg ok ok ja ne was ist denn los? so ich warte hier in so einer in so einem ein 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 Spaltding mit der Koordinate habe ich ja keinen Bock dass ich jetzt hier auch angegriffen werde ja so ooh 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 n diesmal schaffst du es doch oder? mal gucken ich glaub an dich ich nicht ich glaub an dich nicht nicht also ja ich nicht ach so du nicht ja jetzt weiß ich was du meinst Ah, da. Bist du da? Ja. Ah, nee, das war mein anderes Grab. Hier ist noch eins. Ah, okay. So. Hier sind richtig viele Erze. So. Alter, Fall, das ist alles voller Lava hier. Elektronit. Gold. Nice. Weiß nicht, ich kann, nee, scheiß, ich kann das nicht abbauen mit dem Stein. Sulfur können wir auch nicht abbauen. Das Gefühl, wir können hier gar nichts erbauen. Naja, ich hab hier grad ein bisschen Lape's Love, Silly und Eisen, aber sonst können wir auch nicht erbauen, nee. Tschüss. Achtung, ne, wegen der Lava. Naja. Ist ja, ist ja nicht so viel hier. Also, ist ja nur gering. Ja, ich hab nicht übertrieben hier irgendwie so mit der Menge. Ich hab nicht übertrieben hier. Ja, ich hab nicht übertrieben. 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 Untertitelung des ZDF, 2020